Heyo Leute, herzlich willkommen zu Lucky Rush. Mit dabei ist der David und der Kalle. Beide sind am streamen. Ich hab bis gerade eben gestreamt und wir spielen heute mit Halloween Lucky Blocks und Fantasia Lucky Blocks. Oh, die Halloween hatten wir schon lange nicht mehr. Huch, ich hab's überlebt. Nice. Hast du die schon mal gespielt, Kalle überhaupt? Kalle, hast du mit denen überhaupt schon... Kalle, hast du mit denen überhaupt schon... Kalle, hast du mit denen überhaupt schon... Kalle, hast du mit denen überhaupt schon gespielt, Mann? Nein, noch nicht. Und ich muss erst mal das hier wegwerfen, weil das hab ich mir außerdem im Game-Mod gegeben. Alter, ich hab dir unsichtbaren Spastis, Mann. Kannst du einen Schläge eins machen? Warte. Ja, bitte. Ja, mach's mal. War nicht? Alter, die facken so hart. Neu, TT! Alter. Alter, schon wieder, Mann. Das pisst mich so hart an. Ich hör irgendwas. Das sind, wenn die Lucky Blocks öffnet. Man kann die auch nicht hitten, die Pizza. Oh mein Gott. Ich glaube, ich muss erst mal die Blöcke hier rauswerfen. Was passiert, wenn ich jetzt Steuerung Q drücke? Das ist das behinderte Event, wenn ich einbauen hätte können. Ohne Witz, das ist echt nervig bei euch, ne? Steuerung Q und man bekommt das noch mal... Immer einen Block mehr. Ja, ist halt so, mein Gott. Mein Gott, Kalle, musst du dich mit abfinden. Ja, ich hab jetzt auch die Unsichtbaren. Ja, ich hab jetzt auch die Unsichtbaren. Aber ist halt so, David. Dann musst du mitleben. Oh, nice. Ja, aber ich möchte damit nicht leben. Ach, Mann, jetzt töten die meinen Milcher. Alter. Verdammt. Das fackt mich so hart ab, ne? Warum denn das Event? Alter! Alter! Mach mal. Alter! Lol, die hören wirklich... Ich kann mich nicht bewegen. Die hören mich auch. Sehr schön. Jetzt sind sie tot, nice. Hä? Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Jetzt ist mein... Oh, ich baue schon mal ein bisschen rüber, weil ich muss ein paar Blöcke loswerden. David ist übel abgefallen. Das war ja nicht voll. Warte mal. Wo ist meine Base? Wie du... Ich dachte gerade, als ob du in der Mitte bist, Mann. Ne, ne. Ich fass mich schon mal rüber. Meine Wolle ist weg! Nice! Da wird es raus! David! Das ist nicht deine Runde, kann es sein? Nein! Oh! So, jetzt noch ein bisschen Vor-Fast-Bridgen hier. Und zack, 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 zack. Und jetzt brauche ich neue Blöcke. So, let's go, let's go, let's go! Nein! Was ist passiert? Ich als Fast-Brid-Master war natürlich so geil und hatte so viel Skill, dass ich untergefallen bin. Ja, mein Minecraft-Account kommt mit meinem Skill nicht klar, Alter. Ich habe die Mitte gebumst. Yo! Karl, ich war leider vor dir... Basti, bums halt alles, was nicht weiter auf dem Baum ist. Eins, zwei, drei. Gebumst. Bitte. Kommt heute noch im Stream. Heute Abend kommt kein Stream mehr. Denn ich bums... Ich wollte gerade sagen, Silvester-Witz kann ich nicht machen. Ich kann heute nicht nur Böller, aber das passt nicht. Was hat der so? Ähm... Du Basti, was war eigentlich dein Bild an Silvester? Das war so zweideutig. Hä? Ich habe an Silvester nicht gefunden. Mit den Bumsen und da hast du ein Bett fotografiert von dir. Mit den Knallen. Das war einfach zum Trollen, Mann. Dankeschön für deine ehemalige Spende. Boah, ey. Okay. Vielen, vielen lieben Dank. Ich habe den Namen jetzt leider nicht gelesen und falls eine Nachricht zugesendet wurde... Äh... Alter! Ich bagge rum wie so'n Spasti, Mann. Was? Ich bagge rum wie so'n Spasti, Mann. Ey, bei mir sind heftig viele Blitze eingeschlagen und alles. Denn das Problem ist, bei einer Euro-Spende bleibt mir vielleicht acht... Oh, Mann, das geht mir auf den Keks, wenn er ständig seine Donations vorlese, wenn ich aufnehme. Ich habe es doch am Anfang gesagt. So. Kalle, mute dich, wenn du die Donations vorliest. Meine Güte. So. Bin ich jetzt kurz... Nein! Och, das hasse ich so bei den Phantasia-Lucky-Blogs. Das ist eine Idee von Phantasia-Bob erschlagen. Ach. Der ist doch noch wieder. Ich habe dir doch geschrieben. Alter, wo ist der denn? Ich sehe den nicht. So. Hast du gelesen, was ich geschrieben habe, Kalle? Was denn? Ne, habe ich nicht gelesen, sorry. Lest deine Donation-Messages bitte einfach nach dem Stream vor. Oder jetzt nicht gerade in der Folge, das stört halt. Ich habe nur... Ich habe nur... Ich habe... Boah, Alter, dieser Scheiß-Bob! Leck Kumio, Mann! Wir alle haben ausrasten Zeit, ey. Machen wir bitte... Kann man hier die Mobs töten? Er macht Leg 2! Okay, Slash Leg 2. So unfähig! Warum kleidet das da runter, ey? Der blöde Bob, ehrlich. Ich meine, du musst ehrlich zugeben, ich hätte schon gerne seine Rüstung gehabt oder seine Axt da oder was auch immer er hatte, aber naja. Aber naja, nicht so geil. Ist nicht so möglich. David, ich hätte richtig gerne diese Spinne. Ja, ich auch. Oha, Mann. Alter. Komm nur so scheiße, Mann. Das rasst doch nicht so aus, David. Alles gut. Nix ist gut. Warum brennt das jetzt hier alles, Mann? Boah, ey. Alter. Was, meine halbe Base ist ein Arsch? Nix ist gut, da haben wir da Köln. Ja, genau. Schau dir mal David Space an, das ist halt echt so. David Space ist sowas von am Arsch. Aber legt euch nicht mit Slender an, meine Freunde. Der ist nämlich ein böser Mann. Legt euch nicht mit Slender an. So. Oh, TNT. Ah, tot bin ich. Ja, ich hab wieder Platz in meiner Base. Geil. Legt das aber gerade? Ich glaube ja. Ja. Ja, ja, ich baue mich vor und es kommt halt kein Blaze-Sound von den Cobblestones. Cobblestones. So. Seid ihr noch da, Freunde? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Okay, jetzt sind meine Glöcke alle so ein bisschen. Alter. Für David ist es halt echt so eine richtige Abfuckrunde, glaube ich. Kann das sein? Ja, ich kann meinen Spawn von jeder Sekunde neu machen. Okay. Okay. Das ist natürlich wirklich ein bisschen ärgerlich. Das ist ziemlich ärgerlich, glaube ich. Also mich würde es auch mega abfucken. Was? Ihr redet so abgefuckt. Der ist locker hier. Guck mal, habe ich ihn gehört, Mann? Bin ich da? Verpiss dich. Nein! Nein! Hau ab! Du musst eine Maulung füllen. Mein Gott, hier spring ich unten. Ich dachte, mein Spawn könnte jetzt woanders. Wo ist deine scheiß Wolle, Mann? Ich habe einen Speer. So. Geiler Stream. Äh, geiler Kanal, danke. So. Entschuldigung, wenn ich nicht so viel auf euch eingehe. Wie gesagt, ist die Aufnahme hier. Ey, deine Wolle ist da gar nicht. Ah, doch da. Lol. Hä? Was hast du getan? Hat dich geboxt, Mann. Oh Mann, aber dafür weiß ich jetzt, wo deine Wolle ist. Dafür weiß es. Hauptsache, ich habe gar nicht viele Lucky Blocks aufgemacht. Ja. Ich bin mir grad zufrieden. Ja, ich habe fast alle auf und krieg nichts. Das ist halt scheiße bitter. Hier ist gar nichts passieren. Warte. 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 Jetzt gucken wir mal, was wir hier regeln können. Nichts kannst du regeln. Nichts. 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 Du kriegst da nichts hin, Alter. Ich schwöre dir. Wer ist da unten sein Ding bewacht? Ja, was soll ich anderes machen? Keine Ahnung. David. Verpiss dich. Loll. Ich kann es wohl abbauen. Nein, Mann. Da raus. Komm, Alter. Wo ist der? Verdammt. Die Dreckshexe hat mich vergiftet. Du dumme Kuh, Mann. Alter. Leck mich am Arsch. Alter, David. Jo, was trinkt der jetzt? David, ich bin nicht mehr da. Wo bist du? Nicht mehr da. Der Wasserfall ist echt gut. Nein. Oh Mann, du warst unsichtbar. Pena. Oh, hi, Kalle. Oh, hi, Daros. Oh, hi, Basti. Lass dich zu Daros weiterlaufen. Okay, komm. Äh, nee. Du baust meine Wolle nicht ab. Das ist dir bewusst. Was machst du da, Mann? Das fackelt doch. Hey, Kalle. Junge. Ey. Was hält der alles auf? Jawohl. Alter. Tja. Deine Base ist auch voller Lava, Alter. Ja, kann ich ja nix dafür. Da kann ich nicht. Da kommt doch kein Mensch drauf klar auf diese Scheiße. Warum? Oh, jetzt hab ich TNT. Einfach so. Jetzt ist deine Wolle weg, David. Basti, bitte. Auf die ganze Lava kommt doch kein Mensch klar. Ja. Ist ja jetzt erst, dass du n Besen von deiner Base hast. Alter, ich verpiss dich. Hauptsache, ich hab grad echt TNT bekommen. Und davor hab ich dich getroffen. Alter, warum bist du jetzt bei mir... Meine Rüstung ist kaputt. Verdammt. Warum bist du bei mir nicht mehr One-Hit gewesen? Obwohl du keine Rüstung mehr einhattest. Ich bin davor auch schon nicht One-Hit gewesen. Ich war nur nicht full live. Alter, jetzt verpiss dich doch, Mann. Alter. Ja, okay, komm. Alter, Mann. Hier, ich häng dir noch ein bisschen davon. Alter, wie riesig, was die einfach ist. Ja, ja, so groß warst du vorhin auch. LOL! Mann! Scheißdings hier! Buck! Dieses Scheiß-Guru-Jump, Alter! Ah! Verpiss dich! Das ist sogar geklappt! Das ist durch! Alles sogar eine Hexe aufbillen! David ist wie wir am ausrasten! Jetzt ist meine Sirik weg, Anni! Ja! Nein! Was macht man mit diesen komischen Sternen? Du kannst doch gucken, was du damit craften kannst. Ansonsten kannst du sie werfen. Hab ich vorhin bei mir nicht geklappt, komischerweise. Ich hatte da vorhin einen Stack oder so. Ich liebe es, wenn David ausrastet. Was? Ja, Mann! Das ist dein Scheiß-Effekt weg, Mann! Das geschieht jetzt so recht, ey! Du gibst mir das Schwert auch Scheiß-Speed-Bonus, Mann! Weil das Schwert das kann? Nein! Hä? Ja, ich hab einfach... Carle, verpiss dich! Ich bin gar nicht bei dir! Lol, wo bist du dann? Keine Ahnung! Bei mir! Ich hab noch 18 Dings-Blocks! Halloween-Blocks! Okay... Mann, jetzt muss ich mir was überlegen, wie ich bei David hinkomme. Ich weiß ja, wo die Rolle ist. Oh Mann, ey! Verdammt! Verdammt, Mann! Ähm... Kann man hier... Kann der was Gutes für mich rausholen? Oh... Ne... Äh... Ne... Hab ich zwei Stacks davon? Nein, leider nicht! Danke, lieber Villager! Für nichts! Äh... Ne... Das ist übrigens keine Phantasia-Burial! An die, die jetzt wieder laut schreien! Verdammt, Mann! Alter, ey! Holy Shit! Ich krieg nichts mehr gescheitst raus! Hast du deine Wolle ist weg? Was laberst du, Alter? Jaaa... Geil! Wie lange hast du gebraucht, um die zu finden? Hä? Wie lange hast du bitte gebraucht, um die zu finden? Ja, du sagtest, ich bin in der Base! War ich ja auch! Ich hab mich nur versteckt! Lol... Ich hab mich extra versteckt, damit du mich nicht siehst! Also, daraus weißt du scheiße! Dein Wolle ist weg! Dein Wolle ist weg! Dein Wolle ist weg! Was?! Dein Wolle ist weg! Dein Wolle ist weg! Oh mein Gott! Triple-Wool-Abbau innerhalb von wenigen Sekunden! Aber meine Wolle war diesmal besser versteckt als sonst, ne? Jaaa... Fuck, Alter, was mach ich jetzt? Ja, ich sag mir auch gerade, was mach ich jetzt?! So ein Mist! David, kann ich easy noch runterboxen! Dafür hab ich meine OP-Potion! Geh weg, David! Ach, meine Wolle! Oh Mann! Oh Mann! Gott sei Dank! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Nein! Jaaa! David! Das ist ja saubitter! Ja, der hat halt diesen OP-Hammer gehabt! Ja, der hat... Aus dem hab ich gerade eine Lucky-Potion genommen! Alter! Gegen Kalle hab ich jetzt keine Chance! Kalle ist viel zu OP! Versuch mein Bestes noch! Irgendwas hinzubekommen! Nein! Fuck, Mann! Kann ich nicht! Bringt mir nicht viel! Alter! Oh fuck! Damit kann ich überhaupt nichts anfangen! Oh Mann, 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 Mann! Alter! Darauf... Was? Ah, der will dich nur foppen, Alter! Der will dich nur foppen! Der will dich einfach nur ärgern! Ja, ich weiß! Wenn du Angst hast und runterfällst! Hä? Ich hab ihn doch gesehen, Kalle! Ich hab ihn doch gesehen! Ich mach mal Leg 1! Ich mach Leg 1! In 3, 2, 1! So! 5, 4, 3, 2, 1! Endlich! So! Ich seh wieder was! LOL! Du hast nix gesehen! Das wärmer! Du hast oben mal den Zaubertisch von daraus, ne? Hä? Lästiges ghosten? Nee, ich hab gerade deine Diashuhe gesehen! Hä? Ich hab keine Diashuhen, Trottel! Du hast nämlich auch noch Dingsblocks! Halloweenblocks! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das könnte mein Sieg sein! Ja! 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 Komm! 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 Das war der Blau-Panzer! Das war der Blau-Panzer! Das war der Blau-Panzer! Der Blau-Panzer von der Gangstruck! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter! Wie geil war das denn? Fick den! Boah! Nein! Das war richtig! Ha! Ey! Ey! Ich hätte so verloren gehabt! Siehst du den Blau-Panzer immer noch der baut einem unter einem die Blöcke ab? Ich komm gerade! Ach du je! Das ist dasselbe wie aus Mario Kart! Der Blau-Panzer! Guck! Jetzt bin ich runtergefallen! Der geht den Leuten nach! Ja! Alter! Den hab ich aus der letzten Kiste bekommen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter! Wär ich mal eher losgelaufen! Was für einen Lack du einfach hast! Alter! Okay Leute! Daumen hoch für diese Folge wenn sie euch gefallen hat auf jeden Fall! Schaut beim Kalle und beim David vorbei! Bis dann und tschüss! Ich muss dich wenigstens noch einmal schlagen hier! Komm! Da! Hahaha! Lachen!